Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6 von Minecraft Red Hills und wir starten da, wo wir vorhin aufgehört haben, beim letzten Mal aufgehört haben. Genau, hier mit, hier mit, let's go. Jo, okay, ich zeig dir die Ideas, komm mit. Okay. Ach, weiß. Erstmal runter. Äh, wo bin ich denn? Ach. Hä? Ja, falsche Richtung. Äh, ja, ja. 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 Oh. Ach, ne. Och, komm. Was soll das denn jetzt? Kleiner Tipp, bewege dich nicht im Aufzug. Ich hasse diese Aufzüge. Hast du jetzt mal eine ganze Erfahrung eingesammelt? Was soll ich machen? Was soll ich machen, mal kurz gefragt? Du steh, ich steh hier unten und sterbe, du stirbst, also du stirbst direkt neben dir. Ja, 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 ist gut, halt den Mund. Wo sind, hab ich jetzt? Ja, ich hab den, ja, ich hab den Rest. Oh. Das, 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 das müsste auch dein sein und mehr hab ich nicht. Man kann sich nur bei dem letzten Stück bewegen Komm Mir fehlt meine Brustplatte Und meine Schuhe Ich glaube ich weiß wo die sind Du hast deine Schuhe in der Hand du Witzpult Oh ja Das ist zum Kotzen ey Ja und hier unten ist der Rest Dafür habe ich jetzt zwei Eisenspitzhacken Ich glaube da hast du mir eine zu viel gegeben Oh ja ja stimmt Dann komm runter Ich hatte 16 Level Weißt du wie viel Level ich jetzt habe? Keinen Beweg dich mal einfach nicht in den Aufzug Ich hasse Aufzüge Wie machst du das? Du sollst dich einfach nicht bewegen Stillstehen im Aufzug Stillstehen Ja wie denn stehen? Das ist ein Schacht Da bewegt man sich automatisch Nicht via SD drücken oder so Mann ey Oder kann es sein dass wenn du auf mich fällst Das du falsch rankriegst Warte komm mal runter bitte Dann habe ich dich vielleicht weggedrückt Hier da sind noch Sachen Den Rest habe glaube ich ich wieder im Inventar Ja Da Mann ey Ich brauche eine Lohrenbahn Ich bin das leid ey Ich bin das so leid Müssten wir diese Fahrstühle benutzen? Du wie? Du darfst dich einfach nur nicht darin bewegen In den Fahrstühlen Dann darf dir auch nichts passieren Ja 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 Du musst ja irgendwie auf Blöcke geklatscht sein Ja Und dazu musst du dich irgendwie bewegt haben So Weil es sonst überhaupt nicht möglich ist Anhand dieses Schachtes Aber ich könnte mal gucken Dass ich das vielleicht irgendwie verbessere Ich muss nur gucken Äh Ja Wie Weil du machst es so idiotensicher Dass sogar ich nichts falsch machen kann Ja Ja Das ist mein Plan Ich habe das dumme Gefühl Dass mir irgendwas fehlt Aber ich weiß jetzt mal auch nicht was Ich wüsste jetzt auch nicht was Gut Okay Sind wir jetzt ganz unten Ja ne Ja Ich will nicht nochmal mit so einem Ding fahren Ey So Folge mir So da Bitte schön Wunderschön So und los So warte mal Aus 6 Diamanten werden 13 Ne ich habe auch noch einen Einen habe ich gesammelt 14 Diamanten So dann hole ich jetzt auch noch von den zwei Stellen Wo ich jemanden gefunden habe Dann Äh hallo Holst du hin Ja Warte Hier geht es lang Da runter War mir klar Ich wollte dich nur nochmal testen Rechts Und tschüss Auf Glück Schön Dann kann ich ja mein Level wieder von vorne anfangen Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020